Das hat kein Gold gesehen, so. Es ist Knallgelb, also so richtig Klitschgelb. Sie ist tot ja, ne? Ja. Oh, das Wasser kann man gar nicht schätzen. Ich hab nämlich Angst, dass die vom Wasser dann in die Lava gedrückt werden. Oh! Cool, das Skelett hat mir in den Bogen gedroppt. So, ich hab was abgestellt. Bevor der Sniper. Ich mach ihm ein bisschen Sniper-Skeletz. Ich mach jetzt hier mit der Spitzhalle das Skelett den Zombie-training. Ja, und hier ist Gold. Ja. Und direkt daneben ein kann man voll gut gucken. Na, jetzt, wenn man sieht, stimmt aber. Am Anfang hätte ich echt gedacht, dass Eisen und Gold ist. Endert dir. Okay, jetzt ist meine Spitzhalle eh hinüber. Endert dir. Erst. Wirb am Bogen der Gerechtigkeit. Oh, das hat mir noch ein Bogen gedroppt. Oh, Sahne! Lass mal was essen hier. Oh, 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 oh. Ja, das bin ich jetzt damit. Keine Ahnung, ich brauch sie auch. Ich brauche mal, dass das, 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 äh... Hier ist auch noch Eisen gewesen irgendwie. Ne, hier nicht, aber hier ist noch Gold. Und an Cola. Und dann noch abbauen. Ich kann jetzt nur noch mit Fackeln behilflich sein. Aure. Ja, ich... Hab ja nix. Oh, hier sind... Ne, ist wieder Eisen. Eisen und Gold. Arte, kurz. Wie viel Eisen hier ist? Arte, kurz. Ja, ja. Du bist immer so einer und nimmt dann immer alles mit, ne? Ha, ha, ha. Sehr schön. Danke. Wenn ich schlich nicht hätte, ich wäre schon verloren. Ja, okay. Ja, aber für eine weitere Spitzhacke oder so muss ich dann erstmal in den Ofen bauen und das Eis ein bisschen spüren. Ja. Hallo, vieler Maus. Ne... Na, die Musik ist hier übelst heftig gerade. Voll bedrückend! Ach, nö, hier. Komm mal, der Abskelett. Ne... Ich finde aber das Geräusch, wenn du IP einsam ist, voll geil, ne? Okay. Ja. Immer weil unten in dieses Wasser... ...becken. Genau. Mach das. Du musst du der Weile hier noch schnell die Kohle fertig abbauen. Gucken mal, was hier ist und zwar genau... ...ix. Das ist aber schon fast klar. Ja, dann brauche ich mich halt wieder. Oh. Alter, das ist eine Digi-Kohle-Oder hier. Das scheint das Schi-Kohle. Ich bin jetzt aber von dem Motto-Match zum Beispiel. Wenn du du meinst, dann sie 02-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-04-00-04-04-04-05-04-04-04-04-04-04-04-04-04-05-0-04-04-05-04-04-04. und noch mehr eisen und ich habe jetzt schon 29 eisen also haben wir dann wieder sich stich 4 schon zusammengeformt ich habe ja schon zugebaut also die müsste dann eigentlich mit der zeit wenn man jetzt lange genug wartet verschwinden naja du bist nur lang gegangen ach wie lang einfach irgendwo runtergegangen ja ich folge dir hier geht es auch nicht weiter oh Gott lassen wir hier so runter oh Lava oh fuck oh jetzt bin ich Binnen das so sind zwei Spinnen bin ich mal ein Holzsperr dabei ne mit zwei Spinnen lege ich mich nicht an oh hier sind zwei Spinnen ich habe sie einfach in die Lava geschubst das ist gut so und ein ist n 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 gefallen die sind halt so schwer zu erformen dass man da leider nichts wirklich draus bauen kann ja doch ja ich meine jetzt aber so sagt er baut er halt jetzt mal ein haus draus oder so dafür ist es echt zu schwer zu form sage ich mal hallo aber oben ist irgendwie auch übel es kann ich wo ich lang gehen und jetzt noch weiter richtung diamanten eben das scheiß wasser ja lieber wasser als lava das ist schon richtig so aber trotzdem das behindert einen immer nur so extrem finde ich ach heute habe ich auch nichts mit scheiße ich kann nicht immer mehr fackeln bauen what the fuck jetzt wollen die monsterversammlung gleich mal drei skelette plus zwei zombies es kann jetzt sein dass es für euch ein bisschen sehr dumm wird wo wirst du in das loch runter gegangen so müssen du bist hier in dem wasserfall runter ja ich bin irgendwo runde hat mich hier mit vielen monstern gebettelt er saß man muss dann mache ich wieder ein bisschen leben regeln auch hier welche er 11 ich würde ja langsam sagen dass wir mal wieder hoch gehen was bringt das wenn ich keine fackeln mehr habe und so weißt du weißt du noch was auf geht du hast doch gesagt immer dem fackeln nach was du hast doch gesagt immer dem fackeln nach ja ja ich bin weiß ich auch noch was auf geht nein dass ich hier jetzt im wasserfall hoch muss das weiß ich auch noch ja 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 nur dass es jetzt scheiße dunkel ist ist halt kacke so dunkel ist es doch gar nicht doch in der aufnahme schon das weiß ich mir das weiß ich mir natürlich nicht so ich weiß nicht wie viele kohle wir hier übersehen haben das ist ja unnormal jetzt erst mal hier noch lass mich mal von jetzt schulen wirst du ich bin hier kohle abbauen er hat mir das rausgehen das ist wie die herzen hier einfach mal dann wollte ich ja auch du bist denn du jetzt ich bin hier an dem wasserfall ganz hoch und dann ja und dann bin ich hier durch Richtung Hausgang ein wasserfall ganz hoch na gut ich weiß nicht wo es raus geht ich weiß nicht wo es raus geht naja ist ja so so alle wie viel erziger sind nur schnell alles abbauen das lass ich ja nicht liegen ja das ist alles voll wichtig hier geht es nicht raus so dumm wie es ist ja ich weiß dass hier nicht der konventionelle ausgang ist aber hier ist auf jeden fall ein ausgang warum weißt du das aufwärts einfach mal ok äh ähm ok wir haben zumindestens schon mal ne schlucht er hat sich die normale methode um rauszukommen hochbudden ja ist halt die frage ob wir das Haus nochmal wieder finden dann müssen wir ja so weit sind wir bestimmt nicht weg sind ja eigentlich nur nach unten gelaufen und haben wir es nicht wirklich anders verwendet so ja jetzt werden die leute wahrscheinlich gar nichts mehr sehen naja dann auf dem schwarzen bildschirm ah hier ist er schon draußen ja naja ah irgendwo im dschungel aber ich hoffe mal dass sich das gleiche beruhigt hat dass man jetzt hier raus gleich was sie weil dann ist wieder alles ok ja ja oh hier ist schon dreck jawoll so wo bist du ach da irgendwo im dschungel ah ok glaub ich weiß wo wir sind bin mir aber nicht sicher ja doch jetzt weiß ich hier hinten ist diese coole ja ja wo zu unserem haus führt hier bin ich auch schon mal raus gekommen da wo dieser erdzipfel äh schleinzipfel steht ja ah erstmal wieder zusnacken hier mit Kekzen ach die coole kann ich jetzt auch noch mitnehmen die ja wie ein gross ja doch ja ich Ich hab' keine Jump'n'Run-Skills hab' ich bei Minecraft, ey. Ich schon. Also, zumindest solche, die man haben müsste, um... Also, ich glaub' ich könnte nie Adventure Maps spielen. Ah, doch. Vielleicht gehen wir den Hardcore-Jump'n'Runs, dass ich da vielleicht ein bisschen überspringen, aber... ...leichtere Jump'n'Runs kriege. Na dann. Zurück! So, hier. Gold. Eisen. Ja, 55 Eisen. Ich hatte... 48. Und... 7 Gold. Und'n Haufen Kohle. Schau' jetzt hier alles wieder nur noch die Rissen rein, ne? So, jetzt... am Ende nicht mehr, ey. Muss ich echt mal machen, wenn ich wirklich Lust dazu hab'. So, was wollte ich denn jetzt hier machen, genau. Garmanten. Äh... Neun Stück haben wir schon. Hast du jetzt schon irgendwo Glas rausgenommen aus dem Ofen? Und in die Kiste. In welche? Ach, hier oben. Ich hab' noch ein paar Lapis Lazuli-Bleck-Firma. Dann baue ich mal das Haus weiter. Ich hab' noch ein paar Lapis Lazuli-Bleck-Firma. Ja... Ja, ja... Bauen wir denn das Eisen? Ja. Ja. Ja.